Liebe Brüder, liebe Schwestern, mein Name ist Michael Tröpsting, ich bin internationaler Sekretär der ACIT, Salam Alaykum. Wir versammeln uns heute hier in einer sehr traurigen Stunde. In den letzten zwei Tagen wurden mindestens 60 Menschen ermordet, kaltblütig oder mehr. Es ist fast nicht mehr zu überschauen, die Menge an Brüdern und Schwestern, die jetzt massakriert werden, skrupellos und gnadenlos von der Armee. Was macht die Welt? Sie schaut zu. Ein paar Worte der Empörung, das ist alles. Dieses Massaker konnte nur deswegen stattfinden, weil General Burhan und seine Mittäter Rückendeckung, Geld, Unterstützung bekommen haben von den Diktatoren in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Ohne die Unterstützung und das Geld von diesen Diktatoren hätte dieses Massaker nicht stattgefunden. Das heißt, dieses Morden im Sudan findet nur deswegen statt, weil es internationale Unterstützung und internationales Geld für diese Mörder gibt. Unsere Antwort muss sein, eine internationale Solidaritätsbewegung aufzubauen, um einen Druck gegen diese internationale Unterstützung für die Mörder aufzubauen zu können. Es darf kein Geld geben. Es darf keine Unterstützung geben für die Mördergenerele im Sudan. Es braucht eine große internationale Unterstützung mit unseren Brüdern und Schwestern im Sudan, die jetzt in den Generalstreik treten, die jetzt dafür kämpfen, damit diese Killergenerele nicht länger an der Macht sind. Unser ganzes Herz, unsere Solidarität ist mit unseren Brüdern und Schwestern, die jetzt diese schwierige Aufgabe haben, einen Generalstreik zu organisieren, sich zu verteidigen gegen die Mörder, andere Soldaten zu gewinnen, damit sie nicht dem Befehl des Mordes gehorchen, sondern sich dem Protest anschließen. Das ist die Perspektive, der unsere ganze Unterstützung gilt. Und es ist wichtig, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten weiter aktiv bleiben, weiter unsere Solidarität zeigen, um eine starke internationale Solidaritätsbewegung aufbauen zu können. In diesem Sinne, Hände weg vom Sudan! Hände weg vom Sudan! Ho, rie internationale solidarität! Ho, rie internationale solidarität! Ho, rie internationale solidarität! So die internationale Solidarität!